Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass ein paar Spieler bereits seit der letzten Woche unterwegs ist auf dem Feld. Unter anderem dabei Leopold Zingerle, Piet Gulaschi, Janis Blaswig, aber auch Benjamin Szczko, Fabio Cavaglio und Kevin Kampel. Die mussten sich natürlich, so wie die Rückkehrer, die jetzt frisch dabei sind, erstmal einem Leistungstest unterziehen und wir können auch hier nochmal exklusiv reinschauen, wie sich die Jungs gemacht haben. Das also die Eindrücke vom Leistungsdiagnostiktest oder Neudeutsch Medical aus der letzten Woche. Und jetzt, ich habe es vorhin angekündigt, ist es Zeit, dass wir Dome Kaiser bei uns im Interview begrüßen dürfen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020